Hallo und herzlich willkommen zurück bei TechVergleich. Heute möchten wir euch drei günstige Fernseher vorstellen, die teilweise sogar unter 300 Euro erhältlich sind. Wir stellen euch die drei Modelle mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen vor und nennen euch auch den Preis. Wie der aktuelle Preis zum Zeitpunkt, an dem ihr das Video schaut, aussieht, das müsst ihr selbst einmal nachschauen. Wir haben euch die drei Produkte dafür nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und noch ein Hinweis, wenn euch unsere Videos gefallen, abonniert gerne diesen Kanal, um keine neuen Vergleiche mehr zu verpassen. Lasst uns loslegen! Der erste Fernseher, den wir euch vorstellen wollen, ist gleichzeitig auch unser Favorit und zwar handelt es sich hier um den Grundig Vision 7. Dieser ist in der 43 Zoll Variante mit Ultra HD, also 4K Auflösung, für aktuell unter 300 Euro zu haben. Das ist wirklich ein Hammerpreis für dieses Modell, welches auch in weiteren Größen von 40 bis 65 Zoll verfügbar ist und sowohl in Full HD, in Ultra HD und auch in Premium Ultra HD. Schauen wir uns aber mal die Variante in Ultra HD, also normalen 4K an. Wie gesagt, kommt das Gerät mit 4K Auflösung und 60 Hertz Aktualisierungsrate, was in der Preisklasse ein normaler Wert ist. Das Gerät kommt aus dem Jahr 2020 und das Besondere ist, dass er einen integrierten Fire TV besitzt. Man muss sich hier also keinen Amazon Alexa Fire TV noch zusätzlich dazu kaufen, weil dieser im Gerät schon integriert ist und mit der wunderbar einfachen Benutzeroberfläche vom Amazon Fire TV kann man hier alle wichtigen Apps und auch Serien und Filme ganz einfach abrufen. Egal ob Netflix, Prime Video, YouTube, Disney Plus oder DAZN. Spezielle Bild- und Soundalgorithmen besorgen hier beim Grundigmodell für optimierten Ton und Bild und die mitgelieferte Fernbedienung besitzt Direktwahltasten für Prime Video, Netflix, DAZN und auch die Alexa Sprachsteuerung. So kann man ganz einfach über seine Alexa auch den Fernsehsender einstellen oder zum Beispiel seinen Lieblings-Streaming-Dienst auswählen. Den Fernseher einfach mit Strom und Internet verbinden und los geht's. Klar, Bild- und Soundtechnik sicherlich kein Profimodell, aber trotzdem besitzt er eine starke 4K Auflösung, eine ganz gute Bildwiederholungsrate und wie gesagt die super Funktion des integrierten Alexa Fire TV Sticks. Einziger Nachteil des Geräts für uns ist die doch etwas größere Breite. Dies ist nicht mehr so üblich bei den heutigen modernen Fernsehern, aber für diesen Preis muss man an der ein oder anderen Stelle Abstriche machen. Ansonsten haben wir hier ein wirklich sehr schlichtes und schickes Design mit auch einem relativ dünnen Rahmen. Mehr Infos zum Grundig Vision 7 über den ersten Link in der Videobeschreibung. Wir möchten euch aber noch zwei Alternativen vorstellen und da ist zum einen das Modell von Hisense. In der 40 Zoll Variante ist das Gerät noch unter 300 Euro zu haben und dieses kommt ebenfalls mit einem sehr schicken Design und einem noch dünneren Rahmen als das Grundig Vision 7 Modell. Die Auflösung beträgt hier leider nur Full HD, dafür haben wir eine relativ gute Aktualisierungsrate von 60 Hertz mit an Bord. Trotz seiner nur Full HD Auflösung besitzt das Gerät eine ziemlich starke Auflösung und ein klares und farbenprächtiges Bild. Dafür sorgt unter anderem die Hisense Dev Enhancer Technologie, welche jedes Bild analysiert und den Kontrast des Bildes automatisch und dynamisch anpasst. Dadurch, wie gesagt, garantiert das Gerät immer für starke und kräftige Farben und ein sehr schönes, ansehnliches Bild. Integriert ist natürlich auch eine Internetverbindung. Das Gerät ist also ein Smart TV, durch den man auch seine Lieblings-Streaming-Dienste abrufen kann und das auch ohne Amazon Fire TV Stick oder beispielsweise Playstation. Man hat hier ganz einfach einen schnellen Zugriff auf all seine Lieblings-Apps, DAZN, Netflix, Prime Video, YouTube, kann man alle über den Smart TV von Hisense aufrufen. Genau wie der Grundig Vision 7 kommt er auch mit einer Fernbedienung mit Direktwahl-Tasten, hier für Prime Video, Netflix, YouTube und Rakuten TV. Eine Sprachsteuerung ist hier leider nicht mit dabei. Ja, uns überzeugt hier bei diesem Gerät vor allem das schicke und moderne Design, bei dem man annehmen würde, dass es sich hier wirklich um ein Premium-Modell handelt und man für diesen Fernseher mehrere tausend Euro ausgegeben hat. Dabei handelt es sich hier um ein Gerät für unter 300 Euro. Klar können wir da hier keine Luxus- oder Premium-Features erwarten, aber das Gerät ist aufgrund seiner Funktion und seines Designs trotzdem grundsolide und ein echt gutes Angebot für, wie gesagt, diesen Preis. Den dritten Fernseher, den wir euch vorstellen möchten, ist von der Firma TLC. TLC macht ziemlich gute Fernseher, vor allem in niedrigeren Preissegmenten. Und hier können wir mit dem TCL-Modell ebenfalls ein 40-Zoll-Gerät mit Full-HD-Auflösung bekommen. Im Vergleich ist dieses Modell sogar das günstigste und trotzdem von den Kunden immer noch sehr, sehr gut mit 4,4 von 5 Sternen bei über 1800 Stimmen bewertet. Das liegt vermutlich erstmal an seiner Full-HD-Auflösung, seiner 60-Hz-Bild-Wiederholrate, aber auch seinen Smart-TV-Funktionen. Nämlich funktioniert das Gerät mit Android, besitzt also die Smart-TV-Software Android TV10 und ist dadurch sehr einfach und intuitiv bedienbar. Natürlich hat man hier auch sofort Zugriff auf alle wichtigen Apps und das Gerät ist mit Google verbunden, bedeutet, dass man hier auch den Google Home Assistant benutzen kann. Das Ganze funktioniert über die Fernbedienung, welche ebenfalls hier mit Direktfalltasten und einem Mikrofon für die Sprachsteuerung kommt. Das Gerät ist auch in einer noch kleineren Variante in 32 Zoll verfügbar. Wie gesagt, bis Full-HD-Auflösung geht es hier. Es gibt aber auch Modelle von TCL, die eine bessere Auflösung haben, eine 4K-Auflösung. Die liegen aber alle über 300 Euro. Ja, grundlegend muss man sagen, dass man hier für diesen Preis natürlich Abstriche machen muss. Bei günstigen Fernsehern bekommt man oftmals minderwertige Qualitäten, aber das ist bei diesen Geräten hier absolut nicht der Fall. Es handelt sich hier trotzdem um Top-Modelle, die noch vor einigen Jahren jeweils über 1000 Euro gekostet hätten. Trotzdem ist unser Favorit der Grundig Vision 7 nicht nur wegen seinem integrierten Fire-TV-Stick, sondern vor allem, weil es sich hier um ein 4K-Gerät handelt, welches man in der 43-Zoll-Variante noch unter 300 Euro bekommt. Ein kleiner Nachteil, wie gesagt, die Breite des Fernsehers an für sich kommt das Gerät aber mit einem schlichten, modernen Design, mit auch relativ dünnen Rändern. Mehr zu den Geräten, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Wir hoffen, dass wir euch nun weiterhelfen konnten mit diesem kleinen Vergleich. Wenn dem so ist, lasst uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Und damit bis zum nächsten Mal bei Tech-Vergleich. Und damit bis zum nächsten Mal bei Tech-Verg.